Hey Leute und huch, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Die Musik ist mir gerade ein bisschen laut auf den Ohren, ich mache es noch ein bisschen leiser. So, ähm, was haben wir eigentlich beim letzten Mal gemacht? Weiß ich gar nicht mehr, sehr gut. Aber es hat sich ein bisschen was getan seitdem, und zwar wenn wir hier mal hochgehen, sehen wir schon Wände. Was? Wände? Wände? Was? Boden? Ja, ich habe mal so ein bisschen das Langweilige schon mal gemacht. Ach ja genau, wir haben die Farmen gebaut, richtig, sonst hätte ich ja die Wolle gar nicht. Also wir haben eine Menge rote Wolle, wir haben noch viel mehr, obwohl wir alle, die wir für diese Etage gebraucht haben, schon mal benutzt haben. Wir haben jetzt hier diesen wunderschönen Flur, der einmal komplett an den Fensterfronten lang geht. Hier geht es rein zum Bad, da habe ich schon mal angefangen ein Fliesenmuster zu legen. Das ist ja so ein klassisches Fliesenmuster, so schwarz und weiß und, äh, ja, das benutzen wir fürs Bad. Hier wird das Schlafzimmer entstehen, das ist gerade ein bisschen dunkel. Hier könnte ein Viecher spawnen. Das ist nicht so gut, gar nicht mal so. Und, äh, genau. Hier geht es wieder runter, beziehungsweise hoch. Ich setze mal lieber noch ein paar mehr Fackeln. Es ist alles ein bisschen dunkel. Hier ist die Küche, da gibt es noch nicht mal einen Boden. Und ja. Genau, oben hat sich noch nichts getan. Oben ist alles noch so, wie es ist. Ne? Ein kleines Detail. Ich habe das hier ein bisschen abgeändert, damit hier eine Doppeltür reinpasst. Und, äh, die untere Etage muss ich euch nochmal zeigen. Sag mal, also momentan spacken meine USB-Geräte hier mal wieder richtig ab. So, wir haben ja diese Ebene hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hier mal war oder ob ich das nur erwähnt habe. Jedenfalls, wenn man jetzt hier weiter runter geht. Hier geht es dann runter in die Minen. Doch, hier war ich schon. Genau. Hier ist mittlerweile der Ofenraum mit ganz vielen Öfen. Und in der Mitte halt ein Amboss, warum auch immer. Und hier so eine Art Pseudo, äh, so, so, äh, diese, diese, wie heißen die? Diese Lüftteile, die man über einer Herdplatte hat. Ähm, ja. Hier ist unser Entcharting-Raum. Und gleich anschließend ist unser neues Neta-Portal, was ein bisschen größer ist. Und abgesichert für irgendwelche Viecher, die da durch wollen. Ich würde sagen, gehen wir mal durch. Wir haben nämlich eine Mission. Und die Mission ist gefährlich. Ihr seht schon, wir sind hier über der Lava. Und hier ist das Portal. Ich habe sehr viele andere Portale belichtet. Wir stellen erstmal eine Chest auf. Mh, so. Und, äh, das Problem war, dass die alle nicht connected haben. Und immer irgendwo anders hingeführt haben. Und ich musste es wirklich hier hinbauen. Und das ist ungünstig, aber so ist es. So, und wir haben mittlerweile Steak als Nahrungsquelle. Das ist extrem gut. Und ich würde sagen, wir können ja nicht mal den Großteil des Steaks erstmal da drin lassen. Und einfach nur so ein bisschen mitnehmen. So, und unser jetziges Projekt ist es, eine kleine Einrichtung, um dieses Portal zu errichten. Und ich werde das Portal auch noch vergrößern. So, das hier ist der Boden. Das hier ist die Mitte. Moment, die ziehe ich erstmal. Bis da hinten hin. Dass uns die Ghasts, unsere Brücke nicht mehr sprengen können. Das wäre nämlich wieder sehr ungünstig. Hockt hier irgendwo ein Ghast? Nee, nicht in Sichtreich, warte. Aber da hinten hocken schon wieder Nether Skeletons. Wir werden uns demnächst auch nochmal um die Action hier im NETA kümmern. Das steht außer Frage. So, das weg. Okay. So, die Kiste steht jetzt natürlich im Boden. Was sehr ungünstig ist. Also bei allen sonst mal lieber ein bisschen mit dem rausnehmen von dem ganzen Scheiß. Und ich habe natürlich keine Axt dabei. Das wäre ja auch gut. Das wäre ja auch schlau gewesen. Insofern muss ich das jetzt alles mit der Hand abschlagen. So, und zack. Jetzt kann ich die Kiste wieder setzen. Also, ich kann mich ihr nicht widersetzen. Das wäre unklug. Wenn ich einfach nichts rein tue. Na, ihr wisst. Ihr wisst schon. Okay. So. Okay, okay, okay. So, wir brauchen diese hier. Wir müssen jetzt erstmal das Portal ein bisschen umrunden. Und jetzt kommt der spannende Teil. Ich hoffe, dass hier kein Gast in der Nähe jetzt spawnt. Das wäre jetzt richtig ungünstig. Ah, Hilfe. Okay, also das Direkte haben wir schon mal. So. Erweitern wir hier nochmal. Jetzt habe ich hier einen zu tief gesetzt. Der soll weg. Okay, jetzt muss ich das Nähterportal wieder abreißen. Beziehungsweise war das überhaupt so schlau? Nein, das war ganz schön dumm. Das war ganz schön dumm. Ähm. Okay. Wir haben 27 Level, aber wir haben eine EXP-Farm. Das ist egal. Leute. Wolltet ihr nicht auch schon immer mal in eurem Leben richtig heftig in Lava springen? Wir haben die Rüstung dran. Das sollten wir unterlassen. Die ist ein bisschen viel wert. Alles da rein. Haben nichts mehr an? Okay, gut. Wolltet ihr nicht auch schon mal bei richtig heftigem Lag so richtig heftig in die Lava springen? Wollten wir das nicht alle schon mal? Oh, so schön warm. Macht das nicht... Das macht Spaß. Äh, ja. Mir fehlten so ein paar Sachen, um das Nähterportal abzureißen und wieder neu aufzubauen. Äh. Hm. Ich hoffe nur, dass wenn wir das jetzt sozusagen neu beleuchten lassen, dass das auch wirklich so tut, wie es soll. Das fing ja schon mal gut an. Das fing ja schon mal gut an. So, wir nehmen mal einen Stack Obsidian mit. Oh, hör auf zu lenken, meine Güte. Und wir haben hier gerade so einen Bug, dass die Schilder nicht angezeigt werden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade währenddessen hochlade. Ich mach mal eben einen Bildschirm aus, damit das hier aufhört so zu laggen. Das ist ja furchtbar. Ähm, Feuerzweck. Okay. Okay, jetzt heißt es hoffen, dass wir da rauskommen, wo wir rauskommen wollen. Wie der Netherrack sich einfach auf die andere Seite teleportiert hat. Nein, wir sind nicht da, wo wir rauskommen wollen. Aber das ist an sich nicht schlimm. Ich weiß nämlich, wo wir sind. Das war genau hier. Die Sache ist, das Portal bringt uns nicht zurück. Das mag jetzt relativ toll aussehen, weil das halt geschützt liegt. Aber nein, das bringt uns nicht zurück. Das ist ein böses Netherrportal. Das tut nur so, als wäre es unser Freund. Moment. So, Moment. Jetzt sollte ich aber echt mal die Rüstung anlegen wieder. Und Schwert und Bogen und Feier equipen. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass wir mittlerweile nur noch das 64x64 Texture Pack benutzen und nicht mehr das 128x128? Habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Aber, da es halt ab und zu gerne mal laggt, wie ihr ja auch mitkriegt, halte ich das für angebracht. So, so groß soll das Netherrportal auf dieser Seite sein. Jetzt entzünden wir das mal und rennen schnellstens zum anderen Netherrportal, machen das wiederum kaputt. Und dann sind wir glücklich. Wo hatte ich das entzündet? Da. Okay. Ich höre einen Garst. Ach, scheiße. Sehr gut. Wir haben hier echt so einen OP-Bogen. Insofern ist so ein Garst auch überhaupt kein Problem mehr für uns. Fickt euch. Fickt euch alle tief ins Knie. Wobei, ich glaube, Garsts haben gar kein Knie, ne? Die haben nur so Tentakel-Arme. Hm. Naja. Egal, die finden schon irgendeinen Weg. So, Moment, ich sollte mal was essen. Ah, ich habe schon eben. Boah, ich bin auch unkonzentriert gerade. Bitte denkt doch mal mit, Rapkin. Bitte. Bitte. So, ich muss einmal testen, ob wir da rauskommen. Ja. Und wir kommen auch wieder zurück. Ja. Sehr gut. Okay. Damit wäre die Verbindung wieder stabil. Das ist schön. Ich vertraue dem Braten, naja, immer nicht ganz. So, also das hier ist die Mitte unseres Portal-Raums jetzt. Und ich würde sagen, wir gehen in die Richtung hier mal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und jetzt hoch. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Hier gibt es dann den Durchgang. Und hier auch nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und auch nochmal hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Sehr, sehr schön. Damit hätten wir den Radius schon mal bestimmt. Ich würde jetzt aber ganz gerne wissen, wie wir hier einen schönen Kreis hinkriegen. Und ich bin kein Fan vom Auf-Spick-Zettel-Gucken. Deswegen mache ich die per Hand. So, sieht so aus, als könnten wir durchaus nennen. Ja, wir nehmen erstmal diese Diagonale. Also. Das ist ja schon die Mitte. Also, drei. Ja, das haben wir jetzt. Okay. Huch, Musik. Dann gehen wir hier drei raus. Gehen nochmal zwei raus. Der am Zweck. Eins, zwei, drei. Ne, okay, nur zwei. Da gehen wir zwei raus. Können wir dann nochmal zwei raus gehen. Ja. Ich werde mir das Ganze gleich mal aus einer etwas höheren Perspektive angucken. Ist das ein Kreis? Na ja, ne. Okay, Moment, wir machen das ein bisschen anders. Also. Wir gehen zwei raus. Wir gehen zwei raus. Dann drei, die diagonal sind. Ich glaube, das ist besser. Huch, jetzt haben wir keine Steine mehr. Wie ungünstig. Ja, das ist besser. Das ist besser. Ja. So. Eins, zwei, eins, eins, eins. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Dass wir hier echt so eine kleine Basis haben. Und das Schöne ist, dass, ähm, die Netherbricks, äh, die Netherbricks, sag ich schon, die, die normalen Stonebricks hier, dass die relativ einfach sind abzubauen für mich, aber von Ghasts halt nicht zerschossen werden können. Das ist ähnlich wie mit Kobbel. Aber ich finde, so eine Basis aus Kobbel ist jetzt nicht so hübsch. Ist dann so ein bisschen dreckig. Wobei, ein bisschen Kobbel habe ich, glaube ich, sogar mitgebracht für Wege und so. Ja, aber wir müssen erstmal ein bisschen den Nether befestigen, weil wenn man so ein bisschen... Ah, da ist ein Magmaslime. Wenn man so ein bisschen auf Adventure geht, im, äh, Nether, kann das ordentlich in die Hose gehen. Und man will zumindest so ein Safe-Spot eigentlich schon haben. Weil wenn man dann irgendwann mal stirbt, will man ja relativ schnell auch wieder zu seinem Todespunkt zurückkommen, falls man nicht in, elendig in Lava verweckt ist. Und, äh, der Nether ist ja sowieso die Lag-Maschine Nummer 1. Da kann keine Monsterfalle oder sonstige Redstone-Apparatur mithalten. Und insofern kann man teilweise auch ohne den Einfluss seines eigenen, äh, mangelnden Skills, kann man relativ schnell sterben. Ja, das ist immer so ein bisschen so eine Sache. Wie viel Zeit haben wir? Och, wir haben noch ein bisschen, ein bisschen haben wir noch, ein bisschen haben wir noch. Bin mir noch nicht sicher, weil... Im Nether bauen ist zwar bauen und insofern eigentlich was, was man zwischen den Folgen beenden könnte. Aber es ist halt im Nether, es kann immer was passieren, ne? So, siehst du? Der kann uns nix. Komm her, du Scheißvieh. Ich krieg dich. Das war zu weit. Ich bin nicht so wirklich gut mit dem Bogen, wie man vielleicht sieht. Ah, das war schon. Sehr gut. Und das Schöne ist ja auch, wir verbrauchen keine Pfeile. Weil wir so einen wunderschönen Infinity-Bogen haben. Der den Job ganz famos übernimmt. Ich muss nur einmal treffen und schon stirbt alles. Nicht ganz alles, aber das meiste. Und es ist auch sehr praktisch für die Wither Skeletons, dass ich, ähm, Dingens hier habe. Ein Schwert mit Looting 3. Dann kriegen wir die Köpfe nämlich ein bisschen schneller. Und da die so eine extrem geringe Drop-Chance haben, ist das schon echt praktisch. Wir werden nämlich so ein paar Beacons brauchen in Zukunft, für Bauprojekte vor allem. Das finde ich eigentlich auch eine ganz witzige Idee. Das haben wir meiner Meinung nach gut eingefügt. Dass du halt echt als so ein Typ, der gerne baut und öfter auch mal Blöcke abbauen musst, ähm, dass du im Prinzip dazu verpflichtet bist, ähm, auf Adventure zu gehen, um diese Beacons zu kriegen. Weil du ja dafür die Wither töten musst. Und, äh, das ist ganz cool eigentlich von der Idee her. Dass man sich halt was trauen muss, um effektiv, äh, danach bauen, beziehungsweise abbauen zu können. Ist ja cool. Sehr cool. Also ich will auf jeden Fall einen Standard-Beacon im Lager. Also sprich, einen mit, ähm, mit, mit, mit einem Speed-Buff. Und so weiter. Ich weiß gar nicht, was ist noch so Standard-Regeneration und so ein Kram. So was will ich haben in der Base. Dann will ich auf jeden Fall in meinen Minen eine Haste, eine Haste 2 bieten haben. Ganz eindeutig. Und ich möchte in einem Mesa-Biom einen Haste 1 bieten. Damit wir ganz schnell Clay kriegen. Das ist dann super cool. So, wir haben jetzt hier einen wunderschönen Kreis. Und ich würde sagen, den bauen wir ein bisschen hoch, ne? Ich höre schon wieder so ein Assi. Wo? Wo bist du? Ich glaube, man hört die auch auf weitere Entfernung, als man die sieht. Das ist immer total asozial. Na, weil die ja so groß sind, ploppen die einem teilweise so ins Bild. Das ist voll fies. So, ich möchte hier gleich aber auch noch ein paar Fenster haben. Da muss ich dann gleich mal gucken, wie hoch ich das hier mache. Also generell wird das jetzt so eine kleine Festung. Ganz einfach. Keine große Verzierung, weil ganz ehrlich, ich bin schon froh, dass ich eben nicht in der Lava runtergefallen bin. Weil es kann immer vorkommen, dass auf einmal die Shift-Taste versagt und man elendig in die Lava stürzt. Das ist schon im Besten passiert. Und ich habe halt null Fire Resistance auf meiner Rüstung. Weder irgendwelche Tränke für Fire Resistance, noch irgendwas anderes, was mir da hilft. Das heißt, obwohl ich eine extrem krasse Diamantrüstung habe, die ich auch sehr gerne behalten würde, wäre ich relativ schutzlos ausgeliefert. Wenn ich in die Lava falle. So, wir sind gleich fünf in der Höhe. Ich folge es aber auch gleich zu Ende. Will ich noch eine aufnehmen? Ich weiß es nicht. Ich tendiere immer dazu, zu viel aufzunehmen. Ha, schwer ist es nicht, schwer ist es nicht. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall will ich in einer der nächsten Folgen endlich mal die Netafestung ausnehmen. So, jetzt haben wir eh keinen Stein mehr. Dann hören wir erstmal auf. Es entsteht langsam ein kleiner Safety-Raum. Das ist schon mal super. Okay Leute, dann würde ich aber auch sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Falls ihr noch Themen oder Fragen habt, dann stellt sie mir doch in den Kommentaren. Dann werde ich sie gerne in einer weiteren Folge beantworten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal zu Let's Play Minecraft. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020